Hi, wir sind Jackie Bertin aus Rübigsburg und wir spielen am Samstag im Schweinfurt im Brickhaus. Ja, das geht. Ich dachte, ich würde es aber mit den Knien machen. So, zweimal Joka aufstellen mit Spiegel-Eier. Vielen Dank. Noch eine mit Spiegel-Eier. Ja, danke schön. Mit Ruhe-Eier. Dankeschön. Guten Abend. Danke. Danke. Also, sag mal den Text auf. Nein, mit dir ist Sex. Das ist doch cool. Okay. Also. Hallo, ihr lieben Nachtschwerner. Wir sind Lucky Bertin aus Rübigsburg und wir spielen am Samstag 9. Juli in Schweinfurt im Brickhaus. Ja, und um 19 Uhr geht's los. Wir verwöhnen euch mit fetten Rock'n'Roll und Rockabilly-Sound. Wir freuen uns auf euch. Ihr hört. Radio-Prematoren des offiziellen Onkyton-Grayer. Ja, und wir freuen uns jetzt auf unsere Sticks. Don't be square. Wie sehr. Ja. Ja.